Jut, hm. Dann, ähm. Pff. Hm. Wie wäre es, wenn ich Ihnen eine Evangelikane Erlaubnis kaufen würde? Der finanzielle Aspekt ist Teil der religiösen Einschränkung. Diese Person lehnt es ab, dass jemand zahlen sollte, um die Wahrheit verkünden zu dürfen. Aha. Aber diese Person verfügt ohnehin nicht über die beim Kauf einer Erlaubnis anfälligen 150 Credits. 150 Credits? Können Sie haben. Eine sehr großmütige Geste. Sie sind kein Hana, aber unterstützen uns dabei, die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Tja, man tut, was man kann. Diese Person wird dem Zitadell-Sicherheits-Officer keine Probleme mehr bereiten und dankt Ihnen vielmals. Hm, bitte, bitte. So, und nun ist es weg. Endlich ist der Hana weg. Ich danke Ihnen. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Hä, jetzt kriege ich 200. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Jo, tschüss. Ach, ein Medi-Geld kriege ich. Naja, okay, das ist auch verdammt viel. Ja. Tja. So gern's gehen. 150 Credits mal losgeworden. Das für einen vielleicht guten Zweck. Kann ich leider nicht beurteilen. Da ich nicht weiß, was der da predigt. Oder was der überhaupt... Ach, keine Ahnung. Irgendeine komische Religion. Gut, hier geht's dann ja wieder so zurück. Habe ich das Gefühl. Oh, sieht schon echt beachtlich. Jo, Kai, was hast du denn? Hört noch jemand dieses tiefe Brum? Offenbar kommt es von der Statue. Dafür bekommt man ja Zahnschmerzen. Ich höre kein tiefes Brum. Muss ich dich leider enttäuschen. So, wir haben jetzt schon drei Keeper gescannt. Vielleicht finden wir noch ein paar andere Keepers. Oh, da ist jetzt der Hanna, oder wie? Haben wir den jetzt hierhin vertrieben? Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dalloninde, aber viele sagen einfach Dallon zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Nee, danke. Ich muss jetzt los. Auf bald zurück. Dieser bekommt häufig neue Lieferungen. Hier ist irgendwo ein Ausrufezeichen, also vielleicht eins höher. Aber hier geht es ja noch irgendwie höher. Und hier ist nichts. Aber hier ist ein Keeper. Ein Keeper, mehr gescannt. Puh. Tja. Hm, mit dem können wir nicht sprechen, schade. Aber hier gibt es auch eine Karte, oder? Irgendwo hat man doch für die Karte. Genau. Da ist die Bank. Deswegen. Da wollen wir ja nicht hin. Noch nicht hin. So. Tja, wo wir hin müssen. Keine Ahnung. Ich scanne jetzt einfach mal alle Keeper, die ich hier finde. Oh, wird schon irgendwas bringen. Vielleicht finden wir so zufällig auch den Weg dorthin, wo wir hin müssen. Ähm. Nee, nix untersuchen hier. Einfach weitergehen. Genau hier unten oben. Ja, gar nichts. Mein Büro ist bereits fünfmal umgebaut worden. Schön. Mein Büro wurde bis jetzt gar nicht umgebaut. Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Äh? Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Auf Wiedersehen. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Hm. Es ist uns immer eine Freude. Hm. Elina. Hm? Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche, ihn zu sprechen. Cool. Ja, natürlich, Herren. Und was soll diese Szene jetzt zeigen? Arsch. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Na denn? Wo finde ich sie? Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet sie dort. Das ist doch schick. Aber... What the fuck? Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Das ist verständlich. Viele unserer Klienten wissen nicht, was sie beim ersten Mal erwartet. Ist das hier ein... Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich habe nur Gutes über die Konsortin gehört. Aber... Das Unbekannte zwingt uns, den gewohnten Weg zu verlassen. Und dann fühlen wir uns verwundbar. Ist das... So ist es. Genau das habe ich eben auch gedacht. Gut. Dann können wir ja anfangen. Ist das hier eine Prostituiertenstätte? Das ist mein erstes Mal. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Ist das hier irgendwie ein Puff? Das wäre natürlich jetzt geil. Ah, dann nehmen wir auch gleich mal den Hure. Hallo. Ich habe seit ihrer Ankunft hier auf Zitadell viel über sie gehört. Und wer bist du? Was bieten sie hier an? Das kommt auf ihre Bedürfnisse an. Einigen biete ich Rat. Anderen Trost? Anderen Sex. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Na dann raus damit. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe einen Freund. Septimus. Einen ehemaligen thurianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah ihn mir mehr als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und wird sehr lügen über mich. Wenn sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Und was ist schiefgegangen? Was ist zwischen ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Na gut. Was genau soll ich ihnen denn sagen? Appellieren sie an seine Ehre. Zeigen sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich ihnen sehr dankbar. Oh yeah. Nun muss ich sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf... Aber nur für ein Techtelmechtel. Die Azari-Konsortin Shaira hat sie gebeten, mit General Septimus zu sprechen. Sie ist besorgt, dass dieser frühere Kunde von ihren falschen Anschuldigungen äußerst und ihren Ruf schädigt. Ach Mensch, Mädchen. Tja, so ist das halt, wenn man eine Prostituierte ist. Es gibt da halt einige Männer, die merken es nicht. So ist das halt. Aber hey. Die helfe ich doch gerne. Aber nur, wenn ich dann ein Techtelmechtel kriege. Das wäre super geil. So, geht's denn hier lang? Okay, gehen wir mal hier weiter lang. Dann werden wir uns auch in meiner nächsten Aufnahmesession mal darum bemühen, dort hinzugehen, in diese Kneipe. Falls man da so ohne weiteres hinkommt. Ich weiß das jetzt nicht. Das ist alles schon wieder viel zu lange her. Haben wir den da schon gescannt? Ich glaube, den haben wir schon gescannt, nicht wahr? Ja. Den haben wir. Sind ja immer noch genügend zu scannen, hoffentlich. Ähm. Ja. Dann bin ich ja echt gespannt, was uns da erweitert in dieser Kneipe. Wenn wir da jetzt schon irgendeinen anderen, äh, Grobian finden, der hier schlecht über einen Hure redet. Dann wird das ja wohl... Ey, hier ist so ein... Reisen. Bezirke. Koras Nest. Dann werden wir uns nochmal jetzt hinbegeben. Langsam, aber sicher. So, wenn ich mich recht entsinne, gab es da irgendwelche Angreifer, die uns unbedingt, ähm, sind in dem Herrenclub-Koras Nest in den Bezirken angekommen. Ja, gut. Genau. Das ist der. Auf geht's. Ja. der war leicht scheiße ich hoffe wir müssen jetzt nicht allzu weit wieder gehen aber ich habe ja gesagt hier sind irgendwelche gegner wird wo stick noch verdammte scheiße na gut die machen wir noch schnell fertig so genau so die kann ich doch und daran suchen die leiche oder erledigen sie sie das waren sachen männer ich merke schon ich merke schon aber hey wir haben gerade einen schicken grafik bug entdeckt ist es eigentlich erlaubt eben so rum zu ballern ich glaube nicht was los kann ich verstehe warum dieser schuppen so beliebt ist es gibt hier tolle aussichten oh ja er hat aber recht mädchen und so da ist die jenner ja das ist natürlich sehr schön zurück freaks ist sagte wir sollen dich erledigen wenn du kommst worauf wartet ihr denn noch ich bin noch hier das ist ist einzige chance wenn er klug ist nutzte sie er kommt nicht raus freaks ende der geschichte die geschichte fängt gerade erst dann aus dem weg menschen ich habe keinen streit mit euch warum ging es denn da wer weiß wir sollten uns da lieber raushalten kluge entscheidung mädchen da ist der harkin den suchen wir nicht dich auch nicht ey sind die alle mit dem mädchen beschäftigt oder was na gut das ist ein gast general septimus da ist er gut und damit werde ich erstmal die aufnahme beenden und im nächsten part widmen wir uns ausgiebig dem general septimus aufnahme beenden und im nächsten partid